Wir sind doch alle, alle, alle Terroristen. Es lebt in ganz Deutschland kein Demokrat. Wir sind Terroristen gegen die Frauen, gegen die Kinder, die uns vertrauen. Aber nicht eine gegen den Staat. Die meisten schreien schon früh am Morgen, na was ist denn? Warum funktioniert nichts, ist denn keiner auf Draht? Wir sind Terroristen gegen die Liebe, gegen die Frauen und zwar gegen die Diebe. Aber nicht einer gegen den Staat. Dabei ist gerade der Staat das größte Übel, das alle Menschen seit Jahrhunderten versaut. Und jeder Einzelne von uns ist nur ein Dübel, in den der Staat dem Nagel seiner Allmacht haut. Und letztlich macht uns dieser Staat zu Terroristen, denn wir sind seine Bürger und sein Fabrikat. Wir werden Terroristen gegen die Stille, gegen die Abtreibung, gegen die Pille, gegen die Schwule. Aber nicht einer gegen den Staat. Weißte das nicht. Weißt Du was das heißt? Polizei, Präsident. Weißt Du was das heißt? Infanterieregiment. Was heißt Kommissarkabinett oder Bundeskanzler macht? Heißt es, was heißt Parlament oder Bürgermeister immer nur gemacht? Heißt es, andere bestimmen, ob du schlimmst oder ob du lebst. Andere bestimmen, was du denkst und wo auch du schlimmst. Und sie bestimmen dich zum staatlichen Terroristen. Du kriegst einen Titel und ein Zertifikant. Dann bist du ein Starker und folgt mit den Schwachen. Und außerdem sagst du, was soll ich denn machen? Ich kann nur nicht leben ohne den Staat. So lebst du mit dem Staat. Das ist bequemer. Du lernst die Hünder und den Bagenweiler marsch. Du wirst Beamter, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Du gehst in Fraktion und denkst, ach, leckt mich doch am Arsch. Ja, wir sind alle, alle, alle Terroristen. Wir nennen's nur anders. Das ist es ja gerade. Doch wir sind Terroristen gegen das Leben, gegen das Träumen, Lavinen und Schwingen. Gegen die Dichter, gegen die Namen, gegen die Sänger und ihre Giterren. Gegen den Sex, gegen alles und nichts. Aber eins gibt's ja immer, weil sonst wird's ja fand. Nur gegen eins, nicht gegen den Staat. Nichts. Danke schön.